Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs. Dann haben wir hier noch einen Raum. Das ist so krass. Hier noch ein Bad. Drüber wir. Die Treppe. Absolut geil. Hier ist auch nur so. Schon unfassbar. Hier auch. Vor zwei Jahren hatte ich den zugemacht und ich kann mich daran erinnern, dass hier lauter Bänke standen. Die Riesenbrauereien waren sehr sicher, aber die ist leider nicht offen. Nur dieses Verwaltungsgebäude hätte ich diesmal gesagt.